Heute bauen wir Echtzeit-Diagramme mit Socket.io und ChartShares, also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute bauen wir mal wieder ein bisschen was mit Socket.io und zwar werden wir sogenannte Realtime- oder Echtzeit-Daten machen. Was heißt, wir werden mit Socket.io Daten erheben und die an einen kleinen sozusagen, an einen zweiten kleinen, an einen Dashboard weitergeben, wo wir die Daten in Echtzeit in einem Diagramm sehen. Was heißt, wir wollen einfach darstellen, wie viele Leute sind gerade mit unserem Server verbunden. Man kann das natürlich ausweiten, man kann natürlich auch abfragen, welcher Browser ist aktiv oder welche Arten von Nutzer sind es, waren die Nutzer auf unterschiedlichen Seiten. Euch stehen da ziemlich alle Wege offen. Wir werden aber in diesem Video einfach nur gucken, wie viele Clients sind mit unserem Server verbunden und werden das Ganze in einem Diagramm darstellen. Das Ganze ist ziemlich cool und macht viel Spaß, ist ein bisschen anspruchsvoller, was heißt, auf dem Seele-Build sind auch deswegen wieder mehr Punkte. Falls ihr Fragen oder Probleme habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich, wie immer, den Link zu Discord. Schaut vorbei, joint im Server, stellt dort eure Fragen, helft anderen bei deren Problemen oder bekommt Hilfe bei euren Problemen. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, los geht's mit dem heutigen Video. Ihr seht hier ein Diagramm. Es ist ein Balkendiagramm mit hier unten, ihr kennt es vielleicht nicht ganz so gut, sind Zahlen. Wenn ich ein bisschen ranzoome, wird es deutlicher. Hier sieht man, hier sind Uhrzeiten und ihr seht auch, dass die sich aktualisieren. Und das hat den Grund, dass das Echtzeitdaten sind. Das heißt, das werden wir heute bauen. Wir haben hier ein Browserfenster eines Clients mit Socket.io. Und wenn ich das Ganze hier kopiere, einen neuen Tab aufmache und hier starte, dann sehen wir, okay, es kam ein neuer User hinzu. Wir haben einen neuen Online-User. Das kann ich natürlich beliebig oft erweitern, was heißt, ich kann hier noch viel mehr Clients hinzumachen. Und ihr seht hier im Hintergrund werden die Daten jede Sekunde erneuert und unser Diagramm wird erweitert. Wenn ich jetzt hier beispielsweise zwei Clients wieder schließe, wird es wieder weniger und wir sehen den exakten Online-Status unserer User auf einer beliebigen Webseite beispielsweise. Das Ganze werden wir heute bauen. Es ist eigentlich gar nicht so komplex, allerdings vorneweg ein paar kleine Infos. Einmal, diese ganze Version, was ich hier gemacht habe, findet ihr auf GitHub. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Außerdem ist es sehr wichtig, dass ihr vorher zumindest einmal meine Entwicklungsumgebung verstanden habt, sofern ihr wisst, wie JavaScript ES6 funktioniert, wie SAS funktioniert. Das ist alles kein Problem, dann solltet ihr das auch ohnehin kriegen. Aber sonst, das ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ganz wichtig, ich habe vor einiger Zeit ein Video über Socket.io gemacht, wo wir so ein paar Basics klären. Und dann, darauf werde ich heute nicht mehr eingehen. Was heißt, wer von Socket.io noch nie etwas gehört hatte, sollte sich auf jeden Fall vorneweg erstmal dieses Video ansehen. Aber das ist erstmal jetzt das, was wir heute machen. Wie gesagt, das Video ist auch etwas länger, es wird heute auch etwas komplexer. Was heißt, wenn unter euch Anfänger sind, die von JavaScript noch nicht so viel verstehen und die vielleicht von Socket.io oder auch von Charge.js oder sowas noch nicht so richtig viel verstehen, wie gesagt, erstmal die Videos unten in der Videobeschreibung machen. Da ist auch ein Video von mir zu Charge.js. Aber genug geredet, jetzt gucken wir uns erstmal an, wie eigentlich unser Setup aussieht. So und los geht's mit der Entwicklungsumgebung. Das Ganze sieht jetzt auf den ersten Blick etwas verwöhrend aus, weil wir haben jede Menge Fenster offen. Deswegen werde ich mir jetzt auch etwas mehr Zeit nehmen, das Ganze mal ein bisschen ausführlicher zu erklären als sonst. Als erstes, hier oben, wo gerade die Webseite nicht erreichbar steht, das wird später unser Dashboard. Was heißt, das ist unsere ganz normale Galb-Entwicklungsumgebung, die auf Port 3000 hört, die hier einfach eine Webseite hostet, die sich mit Galb aktualisiert. Hier unten an der Links haben wir auch einen Localhost, aber auf den Port 4000. Das seht ihr hier jetzt schlecht. Später wird das hier in groß ein bisschen deutlicher. Hier unten haben wir unsere Clients. Was heißt, wir haben einmal einen Web-Server hier oben, Port 3000, hier unten Port 4000. Weil hiervon werden wir später mit Duplizieren mehrere haben, einfach um zu testen, ob unser Dashboard funktioniert. Das Ganze erstreckt sich auch über die gesamte Umgebung. Was heißt, wir haben hier unten eine CMD-Konsole offen für den Server, wie ihr hier seht, und hier eine CMD-Konsole offen für den Client. Auch hier oben haben wir einen Server, wo im Prinzip unsere Index.js drin ist, wo unsere Index.html drin ist. Wie man zu diesen beiden Dateien kommt, wie man zu dieser Package-Log.json kommt und so weiter, steht alles in der Videobeschreibung in dem Link zu dem ersten Soccer.io-Video. Einmal angucken, wenn ihr das noch nicht habt. Dort wird das alles erklärt. Dort gehe ich genau darauf ein. Das werde ich heute nicht mehr machen. Hier oben haben wir unseren Client. Das ist unsere Standard-Entwicklungsumgebung, die ich schon in unzähligen Videos benutzt habe. Wir haben hier unsere Index.html drin, unsere Main.sas drin, unsere Function.js drin. In denen werde ich später was machen, außer in der Main.sas. Hier steht zwar schon jede Menge drin, aber das ist nur mein Standard CSS-Code, der einfach die, was ihr am Anfang gesehen habt, dass der Hintergrund so dunkel wird und solche Geschichten. Und ich habe hier, das Einzige, was ich hier ergänzt habe, ist Chart, was heißt einfach, dass das Diagramm in der Mitte zentriert wird. Und da es bei euch aber in den meisten Fällen eh woanders steht, ist diese Main.sas für euch komplett irrelevant. Und deswegen werde ich darauf auch in diesem Video nicht mehr eingehen. Was hier interessant ist, ist einmal die Function.js, die ist aktuell noch leer. Und die Index.html, hier befindet sich halt unsere kompilierte Function.js und hier oben unser CSS-Code. Die Schrift, die hier verlinkt ist, ist eigentlich egal. Das Wichtige wird später hier in die Zeile 15 von uns reingeschrieben, aber dazu später mehr. Grundsätzlich schließe ich das hier an der Seite jetzt erstmal, weil wir müssen einige Sachen machen. Und zwar als erstes müssen wir hier unten in unserem Server einmal Socket.io und Express installieren. Das könnt ihr Socket.io über den Befehl npm install und dann Socket.io. Und Express müsst ihr installieren über npm install express. Das Ganze, wie gesagt, in dem anderen Video deutlich ausführlicher erklärt. Die Befehle dazu sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die müsst ihr hier einfach eingeben, Enter drücken und dann rendert das durch. Und dasselbe müssen wir später auch noch mit Charge.js machen, hier drin. Aber dazu werde ich gleich nochmal genauer eingehen. So, das erste, was wir hier haben, hier oben seht ihr schon, haben wir einen Index.html-Server. Da klicken wir jetzt mal drauf. Das ist nämlich im Prinzip genau das, was hier steht. Was heißt, wir haben jetzt hier unseren Index. Das ist jetzt, sobald ich lade, würde ich auch die Webseite nicht mehr erreichbar stehen, weil unser Server gerade nicht läuft. Hier steht nirgends wo Listening, was heißt, er läuft nicht. Das Ganze müssen wir jetzt hier in der Index.js-Datei machen. Und hier müssen wir jetzt einige Sachen hinzufügen. Und zwar als erstes drei Standardbefehle. Das sind diese drei hier. Das heißt, wir brauchen eine App, einen HTM, also einen Web-Server und wir brauchen Socket.io. Diese drei Befehle werden in dem anderen Video ausführlich erklärt, was die genau machen. Sie braucht man, um Socket.io nutzen zu können. Was jetzt hinzukommt, sind einige andere nette Features. Und zwar brauchen wir einmal einen Online-Count. Einfach Online-Count gleich 0. Und wir brauchen einen Data-Count gleich 20. Diese 20 bedeuten im Prinzip einfach nur, wie viele einzelne Datensets oder beispielsweise bei einem Balken-Diagram, wie viele einzelne Balken wollt ihr wirklich später erzeugen. Was heißt, wenn ihr beispielsweise die letzten 60 Minuten zeigen wollt und jede Minute einmal einen Ping sendet, dann braucht ihr hier 60. Was heißt, das ist einfach nur, wie viele Datensätze sollen später genutzt werden. Da wir das Ganze in Abhängigkeit machen, finde ich es persönlich einfach praktischer, das direkt hier oben reinzuschreiben. So kann man das mit einer Zahl im ganzen Skript ändern. Das nächste, was wir brauchen, ist unser Daten-Attribut. Und dafür machen wir einmal ein Konstrukt, eine Variable, kein Konstrukt, und sagen hier Live-Data. Das wird später unser Datenset. Und hier haben wir einmal ein Online-Array drin und wir haben ein Time-Array drin. Jetzt fragt sich der eine oder andere, okay, warum haben wir hier denn unser Datenset in zwei Werte unterteilt? Das hat den Grund, dass bei Charge.js, wer sich damit schon auseinandergesetzt hat, weiß das wahrscheinlich, braucht man einmal ein Daten-Array, was heißt einfach Zahlenwerte beispielsweise mit, bei uns ist es, wie viele Leute sind gerade online, und wir brauchen ein Label. Unser Label wird unsere Zeit. Was heißt, so können wir einfach die einzelnen Datensätze, Uhrzeiten zuordnen, und deswegen brauchen wir zwei Daten-Arrays, die wir später befüllen können. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass unser, wenn wir beim ersten Ping unser Daten-Objekt übergeben an unser Dashboard, dass nicht einfach nur ein Datenelement drin ist, weil wir haben ja erst einmal gepinkt, sondern wir wollen von Anfang an unsere maximale Anzahl an Werten an unseren Daten-Array weiterreichen. Und das Ganze machen wir einfach über eine ganz normale Vorschleife, Was heißt, wir sagen jetzt hier, let i gleich 0, und solange i kleiner, und jetzt brauchen wir hier oben, Data-Count ist, solange lauft bitte durch diese Schleife durch. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen jetzt LiveData.online.push, und sagen hier, wir füllen jetzt einfach diesen Array mit einem leeren Wert, solange bis wir 20 voll haben. Das gelbe natürlich auch für Time. Was heißt, wenn ich jetzt unseren Server starten würde, das mache ich auch gleich mal, aber als erstes Console.log, loggen wir nämlich einmal unser LiveDaten-Objekt, speichere das Ganze ab, sage jetzt hier unten Node, und dann Index.js, drücke Enter, und wir sehen hier unser Daten-Objekt, was heißt, ich zähle jetzt nicht, aber das müssten 20 sein, und so haben wir unser fertiges Daten-Objekt, mit dem wir arbeiten können. Die nächsten beiden Sachen, die wir hinzufügen, ist, als erstes müssen wir sagen, dass wenn jemand auf unseren Port geht, soll ihm die Index.html, also diese Index.html mit Hallo, ich bin auf der Seite Online, ausgeliefert werden. Das machen wir mit diesem Code Schnipsel, wie der sich genau zusammensetzt, und eine Videobeschreibung, Socket.io Tutorial. Das nächste ist, wir brauchen natürlich einen Web-Server, ähnlich, hier Listening on Port 4000 machen wir, und Listening on Port 4000, wenn ich das Ganze jetzt nämlich abspeichere, und hier unten wieder mit Node.index.js starte, steht hier Listening on Port 4000, und wenn ich jetzt das hier aktualisiere, dann wird das auch wirklich aktualisiert, und es ist ein Running-Web-Server sozusagen. Aber wir sehen, es passiert noch nichts, wir haben noch keine Socket.io Integration, und das wollen wir jetzt als nächstes machen. Dafür drücke ich Steuerung C und mache das hier mal eben wieder ein bisschen ordentlich, und lösche das hier raus. Und zwar brauchen wir jetzt als erstes in unserem Client eine kleine zusätzliche Erweiterung, und zwar brauchen wir als erstes, müssen wir hier verlinken, Socket.io, zack, oh, das ist falsch, das sollte natürlich in den Head-Bereich, und zwar hier oben hin, einmal verlinken wir jetzt hier einfach Socket.io, und in unserem Skript-Part, also in dem Moment, wenn die Seite geladen ist, das machen wir ganz ohne Body-Tag, sagen wir Socket.io soll hosten, und zwar auf den Server Local Host mit dem Port 4000. Was heißt, damit haben wir jetzt, oder sagt unser Client, hey, ich bin online, oder er kommuniziert, besser gesagt, er sendet einen Socket an unseren Server. Was heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, und hier auch abspeichere, und das starte, wird noch nichts passieren, weil unser Server macht damit noch nichts mit dieser Information, er kriegt zwar eine Information zugeschickt, aber er kann sie noch nicht verwenden. Und dafür brauchen wir I.O. und dann On, und hier sagen wir Connection, was heißt, On Connection soll etwas passieren, in unserem Fall starten wir dann eine Funktion. Diese Funktion soll erstmal nicht viel können, und zwar soll die einfach nur sagen, Console.log, User Online. So, das Ganze speichern wir jetzt mal ab und starten hier unseren Node-Server und aktualisieren hier einmal unser Fenster, und ihr seht hier, User ist online, was heißt, wenn ich das jetzt ein zweites Mal mache, beim anderen Fenster sehen wir zweimal User ist online. Aber wenn ich jetzt ein Fenster schließe, passiert noch nichts. Und das ist unser nächstes, was wir brauchen, und zwar müssen wir hier sagen, Socket, Ups, Socket, aber kleingeschrieben, Socket, hey, warum macht ihr das? So, .io, äh, nee, nicht I.O., On. Und hier machen wir wieder einen neuen Befehl, und zwar Disconnect. Und wenn das passiert, soll auch wieder eine Funktion ausgeführt werden, und zwar eine Disconnect-Function, und wir sagen einfach hier, User ist offline. So, das Ganze speichern wir jetzt ab, beenden hier unseren Server, starten ihn neu, und wir haben hier irgendwo einen Fehler, was ist das für ein Fehler? Socket is not defined, das ist natürlich nicht gut, warum ist der nicht defined? Oh ja, wir müssen ihn hier natürlich übergeben, was heißt, wir speichern das Ganze ab und starten hier noch einmal neu. Okay, jetzt funktioniert es, und jetzt sehen wir hier auch UserOnline, wenn ich das Ganze dupliziere, haben wir noch einen UserOnline, wenn ich schließe, UserOffline. Das funktioniert schon mal wunderbar, und jetzt können wir uns zu unserem Schritt gehen, und zwar nehmen wir jetzt OnlineCount, und sagen, okay, wenn sich jemand verbindet, dann sage OnlineCount plus gleich 1, und wenn sich jemand disconnectet, dann sage OnlineCount minus 1. Was heißt, am Ende hiervon wollen wir unseren OnlineCount Console.log OnlineCount ausgeben, und dasselbe machen wir auch hier unten, speichern das Ganze ab, starten einmal unseren Server neu, und drücken jetzt hier auf Online, hier sehen wir, es ist eine Online, wenn ich das jetzt starte, sind zwei Online, sind drei Online, sind vier Online, und so mehr ich habe, umso mehr werden es, wenn ich sie schließe, wird es wieder weniger. So, das funktioniert schon mal wunderbar. Man könnte jetzt natürlich, wenn man Live-Daten hat, einfach Live-Daten senden in dem Moment, wenn sich etwas verändert. Aber das Ding ist, dass man ja Echtzeitdaten auf die Zeit beziehen will. Was heißt, ich möchte ja auch, wenn sich nichts verändert, den Zustand genau zu dieser Zeit haben. Und deswegen lohnt es sich, im Prinzip das Ganze auszulagern, und zwar einfach über eine SetIntervall Function machen wir das, ganz simpel, ohne irgendwelche sehr komplexen Geschichten, sagen hier Function, zack, zack, und hier kommt jetzt ein Komma, und wir sagen 1000. Die 1000 bedeutet, 1000 Millisekunden, also jede Sekunde soll etwas passieren, und zwar sagen wir, hier kommt so Log, und dann Ticker. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab, aktualisieren, starten unseren Server neu, und ihr seht jetzt hier, Ticker, 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 was heißt, er läuft jede Sekunde einmal durch. Ihr könnt das natürlich beändern, wenn ihr beispielsweise Live-Daten nur für eine Minute wollt, dann sollten hier natürlich 60.000 stehen, wegen 60.000 Millisekunden, sind halt eine Minute, und so kann man das dann sich zurechtschustern. Wie man das haben möchte, für den Tutorial, lasse ich jetzt mal 1000 hier drin stehen, aber wir wollen jetzt etwas machen, und zwar wollen wir an unseren Server unsere Daten schicken. Was heißt, unseren Live-Count, beziehungsweise wir wollen natürlich unser Live-Data-Objekt schicken. Hierzu brauchen wir jetzt eine Funktion. Diese Funktion nenne ich jetzt einfach mal Online-User-Emit, und es ist eine ganz normale JavaScript-Funktion, die uns im Prinzip einfach was ausgibt. Und das Erste, was wir machen, ist, wir sagen Date, woops, gleich, und dann New-Date. Was heißt, wir holen uns mit Date einfach das aktuelle Datum, mehr oder weniger. Das Nächste, was wir machen, ist, warum mache ich einfach eigentlich Let? Ich kann ja auch einfach, die verändern sich ja nicht, die bleiben ja gleich. Und jetzt wollen wir Time. Was heißt, wir machen jetzt hier drin, wollen wir uns die Time direkt in einem schönen formatierten String ausgeben lassen. Was heißt, wir gehen so vor, dass wir diese Anführungszeichen hier verwenden, weil dann können wir mit Dollarzeichen und geschweiften Klammern hier drin direkt JavaScript verwenden. Was heißt, wir sagen hier Date, und dann sagen wir hier Punkt Get Minutes. So, jetzt kriegen wir hier schon mal die Minuten der aktuellen Zeit ausgegeben, machen jetzt hier Doppelpunkt, 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 und sagen jetzt hier Get Seconds. Wobei wir machen das anders. Wir kopieren uns das hier raus, schreiben das hier vor, machen hier einen Doppelpunkt zwischen und sagen hier Get Howers. Und natürlich müssen wir das alles noch zu Funktionen machen, weil sonst wird das alles nicht funktionieren. So, und zwar haben wir jetzt unsere Time. Unser Time wird jetzt irgendwas wie sowas aussehen, so 2, 3, 3, 1, 4 oder so. Also einfach eine normale Uhrzeit. Damit können wir später schon mal was machen. Und zwar wollen wir jetzt, in dem Moment, wenn unser Ticker was raushaut, wollen wir einfach standardmäßig hier einfach schon mal unsere Zeit ausgeben, was heißt wieder geschweifte Klammern. Zack, unsere Time. Und wir wollen zusätzlich auch Online User Doppelpunkt, geschweifte Klammer auf und sagen hier Online Count. Was heißt, wir wollen bei jedem Tick statt Ticker einfach direkt unsere Funktion ausgeben. Deswegen kopieren wir die jetzt einfach hier rein, machen die zu einer Funktion, speichern das Ganze ab, beenden das, starten das neu. Und in dem Moment haben wir hier, wunderbar, wie ihr seht, alle paar Sekunden. Es ist gerade 13 Uhr, 36 und 8 Sekunden, 9 Sekunden, 10 Sekunden, 11 Sekunden und so weiter und so weiter. Haben wir einen Online User, wenn wir das Ganze jetzt duplizieren und duplizieren, dann sehen wir hier, wir haben jetzt drei Online User zu dieser Uhrzeit. Ich mache das wieder zu. Wir haben nur noch zwei Online User und so weiter. Was heißt, einmal löschen wir die Werte hier oben raus und wir haben jetzt einen wunderbaren Daten Array, ein Feed, der uns mit Informationen versorgt, mit wer, wie viele Leute sind gerade wunderbar online. Das nächste, was wir brauchen ist, wir müssen das Ganze natürlich in irgendeiner Form übermitteln. Was heißt, wir wollen ja vor allem auch nicht, dass unser Array unendlich lang wird. Was heißt, wenn wir jetzt einfach sagen würden, okay, wir pushen immer an die letzte Stelle ganz rechts ran unseren neuen Wert, dann würde der Array immer länger und länger und länger und länger und länger und das wollen wir nicht. Was heißt, wir sagen, wenn unser Daten Array, also live data.time.txt, längs größer ist als data count, was heißt, wir wollen zum Beispiel nur 20 Werte übermitteln, dann soll etwas passieren und sagen wir nämlich einfach live data.time.t und dann sagen wir hier shift. Shift ist ein Befehl, der löscht einfach den ersten Wert in einem Array und so wird im Prinzip der erste Wert ganz vorne gelöscht, sofern es halt mehr sind. Dasselbe machen wir hier natürlich auch für online, exakt identisch, was heißt, das kopieren wir uns einfach und das nächste, was wir machen ist, okay, wir nehmen unseren Online-Status, zack, und sagen hier Punkt push und hier pushen wir jetzt im Prinzip einfach unseren aktuellen Online-Count rein und das nächste, was wir machen, ist exakt dasselbe und zwar bei time, ups, time, und zwar hier sagen wir dann einfach hier oben unsere Time wollen wir da rein pushen. Das heißt, wenn wir jetzt unser Live-Data-Feed haben und den einfach mal console.log ausgeben lassen bei jedem Ping, dann speichern wir das Ganze jetzt mal ab, starten es neu und wir haben jetzt hier, wie ihr seht, ein Datenobjekt, ist ein bisschen unübersichtlich hier unten, ich mache das mal kurz ein bisschen größer und ihr seht hier schon, okay, der wird immer voller, jetzt sind schon vier Werte hier drin und wenn ich jetzt hier beispielsweise einen zu mache, dann wird der nächste Ping hier unten, irgendwann ist dann nur noch eins, was heißt, es befüllt sich und es funktioniert schon wunderbar, wir haben jetzt ein Datenobjekt. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch in irgendeiner Form übermitteln, da wollen wir das Ganze einfach mit Socket.io übermitteln, das geht ziemlich simpel und zwar sagen wir io. und dann emit und das Ganze soll unter dem Event, also Live-Data übersendet werden und hier senden wir einfach Live-Data. Was heißt, wir senden jetzt hier an alle, die zuhören im Prinzip unsere Live-Data, so können wir das Ganze später auslesen, wenn wir wollen. Das Ganze, was wir hier haben, soll natürlich nicht in dem Moment, wenn das erst nach der ersten Sekunde, sondern es soll direkt beim Start schon einmal unsere Daten übergeben, deswegen schreibe ich die jetzt einmal hier rein, damit das direkt vom Start an einmal das Ganze wegschickt. Das Ganze speichere ich jetzt ab, starte das hier einmal neu und jetzt haben wir unseren ganz normalen User, der hier unläuft. Wie gesagt, wenn ich jetzt das hier dupliziere, dann haben wir zwei Nutzer und so weiter und jetzt können wir uns darum kümmern, nachdem wir jetzt hier den Server geschlossen haben und die Index.js hier geschlossen haben, können wir uns darum kümmern, was hier eigentlich in unserem Dashboard passiert. Unser Dashboard besteht, wie gesagt, aus einem Chart.js und das Ganze ist ziemlich simpel und zwar haben wir einen Div-Container, den braucht ihr nicht, das ist einfach nur, damit ich das zentrieren kann, der heißt halt Chart. Wichtig ist, wir haben hier einen Canvas-Tag. Dieser Canvas-Tag bekommt eine Weite und eine Höhe, das ist wichtig, die müsst ihr geben, die könnt ihr später beliebig verändern, da es sich um Canvas handelt und es Chart.js ist, können wir das Ganze natürlich beliebig verändern, die sind auch immer gestochen scharf, also das ist komplett responsive mit einer ID myChart. Das ist einfach die Standard-ID, die Chart.js in ihrem Demo vergibt, deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gelassen, damit während der ein oder andere sich durch die Documentary List weiß, was damit gemeint ist. Und das war es mehr oder weniger auch schon, was wir in der Index-HTML machen, deswegen können wir sie jetzt auch schon direkt wieder schließen und jetzt geht es eigentlich weiter mit dem interessantesten Part. Wie schon vorhin gesagt, brauchen wir jetzt erstmal Chart.js. Das heißt, ihr müsst hier unten in die Konsole eingeben, einmal npm install Chart.js, wie gesagt, der Befehl dazu unten in der Videobeschreibung und natürlich brauchen wir ebenfalls npm install minus minus Socket.io. Das heißt, wir brauchen auch hier unseren Socket.io Client und Chart.js. Diese beiden Werte importieren wir uns jetzt mit Import Chart.js vom Chart.js und Import.io vom Socket.io minus Client. Was heißt, diese beiden Befehle brauchen wir, damit wir in unserer JavaScript-Datei damit arbeiten können. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir erstellen uns einen CTX. Das ist einfach so die Standardbenennung für ein Canvas. Egal in welchem Dokument oder in welchem Zusammenhang, es ist eigentlich egal irgendwo auch bei Chart.js, bei D3.js und wie sie alle heißen und zwar sagen hier GetElementById und wir haben nur eine ID in unserem Fall, das ist nämlich MyChart. Das heißt, hiermit können wir jetzt unser Canvas-Tag genau erfassen und das nächste, was wir brauchen, ist eine weitere Variable mit Socket und hier sagen wir io und hier legen wir, oh, das war falsch, einfach io und hier sagen wir http Doppelpunkt Local Host und dann Port 4000, was heißt einfach die Domain von unserem Server. Wenn ihr beispielsweise einen eigenen Web-Server habt mit Node.js, könnt ihr natürlich auch hier irgendwie noch, keine Ahnung, so ein Dashboard oder sowas oder Server oder Account oder sowas dahinter hängen, falls ihr das machen möchtet. Bei uns läuft es ja, wie gesagt, hier unten auf Port 4000 und wenn ich das Ganze so lassen würde, hätten wir jetzt schon eine Verbindung zu Socket.io allerdings wollen wir ja in dem Moment, wenn wir die Live-Data bekommen, im besten Fall uns das ausgeben lassen. Was heißt, wir sagen jetzt hier Socket.io und dann machen wir das Ganze auf, io ist falsch natürlich, on und hier sagen wir, wenn das Event Live-Data passiert, dann soll etwas gemacht werden und zwar starten wir dann eine Function, zack und das Ganze ist nicht wirklich komplex und geben uns hier einfach die MSG, was heißt einfach die Payload, das Datenobjekt, was wir bekommen, aus und das machen wir jetzt hier mit Console.log, geben uns das Ganze einfach mal aus, speichern das ab und sagen jetzt hier Galp, um unsere Entwicklungsumgebung zu starten und in dem Moment haben wir jetzt hier oben, wenn ich das Ganze einmal neu starte, 3000, haben wir jetzt unser Diagramm ist hier schon drin, hier in der Seite habe ich schon ein bisschen was reingeschrieben beziehungsweise das sollte eigentlich nicht da stehen, keine Ahnung, warum das da stehen steht und zwar werden wir jetzt hier, jetzt funktioniert es, haben wir jetzt hier unsere Konsole und hier kriegen wir unser Objekt, was heißt, hier seht ihr schon unser Online, das sind gerade zwei User Online, wie hier unten zu sehen ist und hier auch die Uhrzeiten, was heißt, wir kriegen unser Element schon durchgegeben, mehr oder weniger, die reichen uns das so hinterher und das bedeutet, wir können jetzt hier weitermachen, was heißt, bei Socket.io beziehungsweise bei Charge.js brauchen wir das Ganze in bestimmten Elementen sozusagen und deswegen müssen wir hier von Anfang an einmal definieren, let live data gleich und dann im Prinzip das selbe, was wir da drüben auch gemacht haben, online, zack und hier sagen wir time und jetzt können wir das Ganze, wenn wir wollen, einfach mit dem Ticker starten, dass was angekommen ist, aber wir sagen jetzt einfach live data, die wir hier bekommen haben, in dem Moment ist es einfach, machen wir die gleich MSG, das heißt, das was wir bekommen, geben wir einfach direkt weiter live data und können das Ganze jetzt updaten. Das Problem ist, wir haben hier noch überhaupt kein Diagramm, hier ist noch nichts zu sehen und das müssen wir jetzt als erstes mal anpassen und zwar sagen wir einen ganz normalen Chart.js Befehl und zwar sagen wir let beziehungsweise einfach const my chart gleich new chart Klammer auf Klammer zu und hier sagen wir ctx, was heißt unser Canvas ist das Ausgangsobjekt und hier drin kommen jetzt jede Menge witziger Befehle, im Prinzip gibt es einmal type, was heißt wozu gehört unser Diagramm, in unserem Fall wollen wir ein Barchart haben, das nächste ist unser Data, was heißt unser Datenattribut und hier unten haben wir noch Options, was heißt hier kommen auch jede Menge Befehle rein, die Options kopiere ich mir jetzt einmal, einfach weil das nervig ist zu schreiben und falls ihr die nachlesen wollt, unten in der Videobeschreibung habe ich natürlich die Documentary verlinkt, hier haben wir einmal unseren Titel, was heißt Online-Nutzer der letzten drei Minuten, in unserem Fall sage ich jetzt 20 Sekunden, könnt ihr natürlich ändern, wie ihr wollt, wo das steht, wie groß die Schrift ist, ich will keine Animationen haben, weil sonst sieht das immer eigenartig aus, wenn man sie, weil die dann animiert sich jedes Mal alle Balken rein, das ist ein bisschen blöd bei Charger S, ich will auch keine Legende und ich möchte hier beispielsweise an den Achsen begin at zero true und ich will hier in dem Moment, wenn es ungerade Zahlen sind, weil sonst würde Charger S sowas machen wie wenn es von, also die maximalen Werte in den Daten 1 sind, dann würde er 1 0,25 0,5 0,75 und einschreiben und mit diesem User Feedback hier, User Callback kann man im Prinzip das einfach runden und return das Label gerundet, was heißt, es würde nur 0 und 1 stehen und da wir, es gibt ja keinen 0,5 Online-Nutzer, deswegen können wir das so wunderbar lassen, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, würde das auch schon wunderbar funktionieren, allerdings haben wir hier noch überhaupt keine Daten drin und das wird jetzt interessanter und zwar brauchen wir als erstes Labels, in unserem Fall sind Labels leer, was heißt, die kommen ja später, das ist hier unsere Zeit und hier haben wir Datasets und unsere Datasets bedeuten, ups, das war falsch, hier muss hier auch so eine Klammer hin, bedeuten, wir brauchen jetzt hier einige unterschiedliche Geschichten, nämlich einmal haben wir hier einfach unser erstes Datenset, das heißt online, hier gibt es die Background-Color, die kopiere ich mir auch eben rein, die schreibe ich jetzt nicht, so und zwar sagen wir einfach, okay, die Balken haben halt die Hintergrundfarbe orange, ist jetzt nicht wirklich spektakulär und hier unten haben wir unser Datenset, unser Datenset werden wir später befüllen, was heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sollte das jetzt hier sich eigentlich aktualisieren, wir haben jetzt hier wunderbar unsere Geschichten, ich kann jetzt hier beispielsweise auch sagen, das Label soll auf dem Top sein, kann man vielleicht ein bisschen besser lesen, jetzt sehen wir hier Online-Nutzer der letzten 20 Sekunden, 0 und 1 und wie gesagt, wenn ich das hier jetzt rauskopieren würde und abspeichere, dann würde hier in der Seite die Skala anders aussehen und zwar wie ihr seht, 0, 0,2, 0,5 und so weiter, deswegen ist es ganz praktisch das so zu machen, ich weiß nicht, warum es eigentlich bei Chart.js nicht direkt eine Möglichkeit gibt, das auszublenden, wenn ja, schreibt es unten in die Videokommentare, weil ich nutze das relativ häufig und ich habe noch keine Lösung gefunden, aber prinzipiell sollte das jetzt so funktionieren. Was wir natürlich noch nicht haben, wir kriegen zwar unseren Ping, also das heißt, wir kriegen unsere Daten, allerdings machen wir mit denen noch nichts, das heißt, wir müssen die ja irgendwie auch noch zuweisen und das machen wir mit einem ganz normalen Update-Befehl in MyChart beziehungsweise in Chart.js und zwar sagen wir MyChart.data. und dann hier als erstes Labels und das sagen wir gleich LiveData.time was heißt, wir gehen jetzt in unser Datenobjekt rein, unser Objekt heißt MyCharts, hier gehen wir in Data und hier in Labels und ersetzen den Array mit unseren Uhrzeiten, die wir in unserem Server ja vorhin erstellt haben. Dasselbe machen wir auch genauso auf die andere Weise, nur sagen wir hier Data, Datasets, Datasets, eckige Klammer auf, Null und hier sagen wir Data, das heißt, wir wollen das erste Dataset ansprechen und hier die Daten selbst und hier sagen wir Online. Das Ganze haben wir jetzt ersetzt und jetzt brauchen wir eine ganz normale Chart.js-Funktion, und zwar MyChart.update. Das machen wir jetzt einfach so und das bedeutet einfach nur, wir wollen jetzt unser eines Diagramm updaten, das speichere ich jetzt mal ab und in dem Moment sollte jetzt theoretisch hier beim Ping, wie ihr seht, das funktionieren. Ihr seht hier, die Zahlen verändern sich. Ich kann das Ganze auch mal ein bisschen größer machen. Wenn wir hier jetzt drin sind, sehen wir hier unten die Zahlen, wie sie sich verändern und wenn ich das jetzt hier dupliziere und nochmal und nochmal und nochmal, wir können das unendlich oft machen, dann seht ihr hier, wie sich das verändert und auch wenn ich jetzt hier beispielsweise anfange, das Ganze wieder zu schließen oder wieder zu duplizieren, wird halt jede Sekunde einmal live Datenfeed gesendet. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch viel schneller machen. Ihr könnt das auch alle 30 Millisekunden machen oder so etwas. Ob das wirklich sinnvoll ist, ist mal dahingestellt. Ich persönlich würde empfehlen, das minutenweise zu machen oder sogar stundenweise. Was heißt, vor allem, wenn man das später vielleicht in der Datenbank schreiben will, um auch auf Archivdaten zurückzugreifen, wie, hey, wie sah das eigentlich letzte Woche aus? Dann ist es vielleicht praktischer, wenn man das jede Minute macht, weil dann hat man trotzdem 60 pro Stunde, was heißt, einige hundert pro Tag und so weiter und das wäre eine ganze Menge Einträge und da muss man ja nicht, also wie gesagt, da muss jeder für sich selbst entscheiden, aber so könnt ihr mehr oder weniger Live-Daten erstellen über mehr oder weniger alles, was hier heißt, ihr könnt alles mit JavaScript auslesen, was JavaScript auslesen kann. Ihr könnt damit verschiedenste Diagramme machen, alles, was Charge.js euch mehr oder weniger hergibt. Ihr müsst eventuell euer Datenset ein bisschen anpassen, aber generell könnt ihr damit alles Mögliche darstellen und es permanent auf dem aktuellsten Stand halten. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt und eine Video-Überschreibung, wie gesagt, Twitter, Facebook, Instagram oder halt Discord, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Links zu Patreon oder Affiliate, Programme wie Amazon, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Und dann wieder uns Tim. Vielen Dank.